In dem Fall ging es um die grünen Politikerin Renate Künast und tatsächlich müssen sich bestimmte Menschen mehr gefallen lassen als andere. Nach ständiger Rechtsprechung müssen sich Träger öffentlicher Gewalt oder Politiker auch stark zugespitzte und polemische Kritik gefallen lassen. Das gehört in der Demokratie dazu. Das Landkrieg Berlin hat in einem rechtsskandalösen Urteil auf dieser Grundlage 22 beleidigende Kommentare, darunter auch die Bezeichnungen wie Drecksfotze und Vergewaltigungswünsche als von der Meinungsfreiheit gedeckt angesehen. Das Bundesverfassungsgericht hatte dann aber in ungewöhnlich deutlicher Sprache die Gerichte wiederum gerügt. Die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Maßstäbe, die sind relativ einfach und lauten, eine Schmähkritik, bei der es alleine um die Diffamierung einer Person ohne Sachauseinandersetzung geht, ist immer unzulässig. Und wenn keine Schmähkritik vorliegt, bedeutet das nicht, dass eine Aussage stets zulässig wäre, sondern in dem Fall ist eine umfassende Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit des Aussagenden und dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen vorzunehmen. Und dabei muss das Gewicht der Meinungsfreiheit umso höher gewichtet werden. Je mehr die Äußerung darauf zielt, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten und umso geringer, je mehr es hiervon unabhängig lediglich um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen gegen einzelne Personen geht. Politikerinnen und Politiker müssen sich also keinesfalls alle Äußerungen gefallen lassen, sondern genießen genauso Persönlichkeitsrechtsschutz, müssen sich aber im politischen Diskurs im Zweifel einfach mehr gefallen lassen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!